Mit Sicherheit der schönste Urlaub Sicherheit steht Ihnen gut, mit Abstand und Mund-Nasen-Schutz. Wie an Land, so gilt auch an Bord. Gäste und Crew halten mindestens 1,50 Meter Abstand. In öffentlichen Innenbereichen, in denen der Mindestabstand nicht eingehalten werden kann, ist der Mund-Nasen-Schutz verpflichtend. Kein Mund-Nasen-Schutz in den Außenbereichen, Restaurants und Bars am Platz, bei Sportkursen und an Fitnessgeräten. Angepasste Auslastung des Schiffs und aller Bereiche an Bord, gestaffelte An- und Abreise, optimierter Check-in, intelligente Wegeleitsysteme und Erweiterung des digitalen und telefonischen Angebots. Hygiene und Sauberkeit – zusätzliche Maßnahmen Bevor wir unsere Gäste an Bord begrüßen, werden alle unsere Schiffe umfassend gereinigt und desinfiziert. Erhöhte Reinigungs- und Desinfektionsmaßnahmen in den Kabinen und öffentlichen Bereichen rund um die Uhr. Überwachung aller Maßnahmen und Prozesse durch den Hygieneoffizier. Durchgehende Versorgung aller Kabinen und öffentlicher Bereiche mit Frischluft. Zusätzliche Desinfektionsspender in den öffentlichen Bereichen sowie vor Restaurants, Shops, Spa und Fitnessbereich. Bleiben Sie gesund – Prävention vor und während der Reise Jeder Gast macht vor dem Check-in Angaben zum Gesundheitszustand und risikoerhöhenden Faktoren in Bezug auf Covid-19. Es folgt ein kontaktloses Messen der Körpertemperatur. Zur Abklärung von Symptomen und sonstigen Hinweisen steht ein Ärzteteam bereit, das bei Bedarf auch einen Covid-19-PCR-Test durchführt. Vor und während der Reise informieren wir unsere Gäste kontinuierlich und umfassend über unsere aktuell geltenden Gesundheitsmaßnahmen und Verhaltensregeln an Bord. Es finden täglich Gesundheits- und Temperaturchecks bei allen Crewmitgliedern statt sowie Covid-19-PCR-Tests bei Aufstieg und in regelmäßigen Abständen bei ihrem Einsatz an Bord. In guten Händen – beste medizinische Betreuung Erweitertes und speziell geschultes medizinisches Personal in modernen Bord-Hospitälern Die Schiffe sind mit modernsten PCR-Test-Kits sowie Diagnosegeräten zur umgehenden Auswertung von Verdachtsfällen ausgestattet. An Bord haben wir ausreichend Möglichkeiten für notwendige individuelle Isolation im Hospital oder in dafür vorgesehenen Kabinen. In Absprache mit den zuständigen Behörden organisieren wir bei bestätigter Covid-19-Erkrankung schnellstmöglich die Ausschiffung, medizinische Versorgung und Heimreise des Gastes. Starke Partner – weltweites Netzwerk an Experten Unser umfassendes Gesundheitskonzept und Maßnahmen zum Umgang mit Verdachtsfällen und bestätigten Covid-19-Erkrankungen wurden mit medizinischen Experten erarbeitet und orientieren sich an den aktuellen Empfehlungen führender Institutionen wie der WHO und RKI sowie an den jeweils geltenden Bestimmungen in Deutschland und den Zielgebieten. Die unabhängige Prüfgesellschaft SGS Institut Fresenius wird die umfassenden Covid-19-Hygiene- und Präventionsmaßnahmen an Bord prüfen. Wir beobachten kontinuierlich die aktuelle Entwicklung und stehen hierzu in engem Austausch mit renommierten medizinischen Experten, den zuständigen Behörden und Institutionen sowie unseren Partnern in den Zielgebieten.